So, ich fahre mir jetzt mal eben ein paar Monster, aber ich bin jetzt langsam satt. Wie viele Glowstones muss ich denn... Hey, wie viele Glowstones muss ich nebeneinander tun, um so ein Glowstone zu bekommen? Äh, zweimal zwei. Gibt das auch ohne, ey? Zweimal zwei. So, lass uns erstmal schlafen gehen. Nein, kann ich nicht. Ach, warum nicht? Weil ich Level farmen muss. Ich will zwei Level noch. Dann hast du welches Level? 30. Sehr gut. Können wir dann verzaubern? Ja. Sehr gut. Ich bin Level 15. Ach, da vorne bist du. Boah. Mein Gott. So, was brauch ich denn? Ich glaube, ich mache fast so einen Stall wie da drüben. Ach, wobei, ich gucke mir noch einen an. Ach nein, ich mache diesen guten alten Pferdestall. Ja, genau. Mein Gott, wir haben jetzt Pferde. Pferde. Hat ja nur 100 Folgen gedauert. Aber ich muss niesen. Oh Gott. Ich will nicht niesen. Warum nicht? Weil es immer so eklig ist. Dann so, ach, zu. Der ganze Popschutz ist dreckig. Eklig. Sauer und Spucken und... Habe ich gefragt? Grüne, gelbe und orange Sachen. Pascal. Du bist nicht mal lustig. Ist dir das bewusst? Es sind Tatsachen. Habe ich gefragt? Ja. Nein. Krass, Alter. Dieser Stall ist perfektioniert. Über Jahre lang. Ich habe gar keine Worte davon. Ich hing da so lange dran. Ich bin so am Ende. Ich bin so müde. Das verstehe ich. Ich habe da echt mehrere Tage, mehrere Wochen dran gearbeitet. Und am Ende kam dieses wunderbare Produkt aus. Because I am happy and I am schwanger. Was? Schwanger. Wie nennt man eine Blondine, die schwanger ist? Keine Ahnung. Kinderüberraschung. Geil. War der nicht lustig? Und was ist eine Frau, die normal schwanger ist? Kinderüberraschung. Normale Frau. Keine Schwangere. Keine. Äh, keine. Keine, keine Blonde. Keine, keine Blonde? Keine, keine. Meine Keine. Das heißt nochmal eine Verneinung. Das ist trotzdem eine Blondine. Was? Worüber reden wir eigentlich? Über Erbsen. Hey, Spinne. Ich fickle dich. Ich fickle dich. Loll. Wie gefällt das denn? Weg war er. Meinst du mich? Ne. Äh, der Zombie. Er ist einfach in so ein Erdloch verschwunden. Ja, okay. Ja, so mir ist es auch sehr gut gefallen. Okay. Okay. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Ich brauche jetzt eigentlich voll viel Stein. Platten oder normalen? Äh, ich glaube normalen. Ja, erstmal normalen. Das dürfte jetzt nicht so einfach werden. Ich glaube, ich mache es wie folgt. Und, ähm, ich glaube, ah, mache ich das? Ja, ich mache das, glaube ich, ähm, ich mache es wie folgt. Ähm. Was, musst du wieder einen Witz zu machen? Nee. Ich musste überlegen und mir die Nase reiben und, und, und. Reibus, Maximus. Dass ich zuerst die Monsterfalle baue. Und dann die, das Gefängnis weiter baue. Weil, durch die Monsterfalle kriegen wir ziemlich viel Stein. Und den brauche ich für das Gefängnis. Und ob ich jetzt, äh, Stein Farmer oder die Monsterfalle baue, kommt auf gleiche drauf hinaus. Kommt auf gleiche drauf hinaus. Ganz genau. Habt ihr ihn gehört? Hallo, Kevin. Geil. Ich besteige gerade den Kevin. Jetzt wird sie trapped. Trapped. Es ist ein Trapp. Dieser Zaun ist auch so wunderschön, ne? Ich weiß nicht, was ich immer dran stelle. Genau so wie das hier. Das hier ist auch, gehört zur Mode dazu, ne? Habt denn. Diese eine Ecke hier. Die da. Pascal, magst du abziehen? Nein, die gehört genau dazu. Der ist ziemlich klein, ne? Hm, hab gerade überhaupt keinen Durchblick. Äh. Ich hab hier gerade so eine Vorlage, wie so ein Stall aussieht, aber ich komm damit nicht klar. Ich komm damit nicht klar. Was, Kyle? Ja. Ich kann hier schon mal zur Monsterfalle hingehen. Wobei, warum mach ich denn mehr als nötig? Äh, nicht da hin. Ach, du jetzt ne Monsterfalle? Ja. Dann pausier ich nämlich erstmal das Projekt. Und, ähm, baue jetzt erstmal ne Monsterfalle. Weil wichtig und so. Ach ja, ist doch gemütlich. Ähm, Erde. Da. Das Ding hier, das, 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 das. Bist du gerade am Lagerhaus? Ja. Ähm, kannst du mir Eichenholzstufen mitbringen? Ähm, jup. Ich da? So, da. Wie viel brauchst du? Äh. Eichen 19? Ja. Das wär ganz klasse, Pascal. Da. Jup. Ups. Da. Danke. Äh. Eck dich ins Knie. Wieso? Ich hab Eichenholzstufen gesagt. Ach so. Ich, äh, ich hab's falsch geschaut. Ja, und du hast mir Bretter gegeben. Ah, kann passieren. Sehr cool. Aber ich kann mir auch aussehen, jetzt auch welche machen. Nee. Ich geb dir dich. Also hast du doch welche. Okay. Dachte, als gelbe gehört keiner auch. Doch, doch. Die gab es. Nein, die gab es. Doch, die gab es. Wie bitte, was? Äh, nichts. Ich glaub, ich brauch nur ein Schwert. Ein Schwert. Da. Nö, doch. Das und das ergibt das. Ha. Das und das. Das und das ergibt das. Und das und das und das gibt das. Boah, Junge. So, ich brauch die Koordinaten. Von der Monster. Als würde ich gerne wissen, wie man Häubern macht. Na, Kraft Häubern. Nein, 100, 53. Ach so, alles klar, es ist einfach. Damit man sich nämlich den Boden. 1.000? 1.000? Da hinten? Nee, oder? Äh, was suchst du? Die Monsterfalle. 1.235. Krass. Boah, krass, Alter. Kannst du auch mal bitte aufhören zu regnen? Ja, hab ich mir grad auch gedacht. Willst du mit Shader? Äh, ja. Das ist immer so geil, ne? Immer wenn du das fragst. Genau in diesem Moment habe ich nämlich keinen Shader an. Ja, ich habe mich auch immer gewusst. Natürlich. Nein, im Ernst, konnte ich immer einfach so heraussagen. Ah, jetzt muss ich mir erstmal Weizen holen. Ich will nämlich Heubern machen und die Heubern auf den Boden platzieren. Was, Kai? Ja. Auf den Boden. Boah, was? Wirklich? Krass. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ein echtes Wunder. 1.235. Ja. Boah, wie weit weg das einfach ist. Ich weiß, wo unsere erste U-Bahn-Station sein wird. Äh, wo denn? Bei der Monsterfalle. Bei einem schönen Viertel oder was? Ach, bei der Monsterfalle. Ja, das ist eine gute Idee. So. Genau, hier. So. Und 153. Oh Gott. Huh. Boah, Alter. Ich dachte, es wäre auf der ganz anderen Seite des Taufes gewesen. So. Also genau. Hier eigentlich. Genau wo der scheiß Baum ist. Der Baum muss weg. Abschauen. Und jetzt müssen wir runter bis auf Höhe 34, oder? Ja. Muss 34 sein. So, eben Licht. Ups. Licht. Ich glaube, ich habe da Minus vergessen. Oder? Nein, doch nicht. Nice. Da ist sie. Da ist sie. Ich habe sie. Mitten im Minensystem. Oh, Stan, die Monsterfalle. Ja, ja. Mitten im Minensystem. Ich kann dir ein paar Schienen mitbringen. Habe ich auch gerade überlegt. Warum eigentlich nicht? Ja, wobei, nein, kannst du dir sparen. Ich weiß auch, ich werde das, wir haben jetzt Pferde, ich werde das Bahnsystem wieder abreißen. Das Straßensystem. Ja, aber wir brauchen ja allein schon Schienen für die, für die Fahrt hier hin. Ja, ganz genau. Dann bringen wir mal genug mit. Wir können natürlich, wir benutzen noch die Schienen von dem Straßennetz. Das war jetzt einfach mal ein Schuss in den Ofen, aber das macht ja nichts. Ist ja vollkommen in Ordnung. Jo, war ja mal ein netter Gedanke. Aber ist gut, wenn man die dann doch noch verwenden kann. Oder, Pascal? Ja, hier ist super. So, man könnte hier ja schon mal ein bisschen ausbauen. Darf ja nur zwei hoch sein. Weil ansonsten da auch Enderman spawnen und das ist nicht so gut. Oops. Holz, Vector. Oh, hi. Der Regen hat aufgehört. Das ist gut. Das ist gut. Na, mit Kies will ich nicht bauen. Der ist, glaube ich, nicht so schlau. Oh, 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 oh. so da kann man nicht sagen den ich seit auch keine ahnung drei stunden oder so zurückgehalten ja das ist ja jetzt will ich mich befreit einfach nur jetzt habe ich vollen druck auf dem horn ja was macht ihr eigentlich nichts nichts jetzt muss ich verraten wie man saunter macht zwei genau andersrum andersrum wie ein links was habe ich für unsinn ja das sogar an war ich bin stolz auf mich das war der zaun das wüsste er jetzt jawohl okay sag bloß hier ist noch ein spawner boah das ist der hammer das ist ja fett boah ich hab voll den drucker umordnet das ist voll unangenehm glaub ich hier ist noch ein spawner mega geil sehr cool den hab sogar ausgeleuchtet voll geil haha cool 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 So, ich würde aber sagen... Boah, ich habe mega Druck auf dem Orden. Die Monsterfalle bauen wir dann im nächsten Part weiter. Und... Oh, warte, der Druck löst sich gerade. Oh, geil. Dieses Gefühl, wenn sich der Druck löst, ne? Uuuh, unbezahlbar. Ähm, und ich sage heute tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, Freunde. Gibt's mal wieder eine Absage von mir. Ja, wir haben in dieser Aufnahme viel erlebt. Wir haben viel geschafft. Wir haben uns Pferde geholt. Für die mache ich ja gerade den Stall. Danke fürs Zusehen. Nächsten Mal. Euer Tim. Euer Kiri, Mann. Haut rein. Arrivide Aschi. Vidivini Vici. Es ist... Das. Es ist... Es ist...